Yo Leute, was geht ab? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf Cryptoanarchist. Wir schauen einmal rein Leute. XRP heute bei 1,14 Dollar, also eigentlich ziemlich genau wie gestern und vorgestern. Da tut sich nicht viel. Bitcoin ist gerade bei 61.000. Klar, der Markt ging gerade so ein bisschen wieder runter, aber alles nur irgendwie 1,5 Prozent. Und wir waren gestern Abend schon sehr hoch, deshalb ist es jetzt nur die logische Konsequenz, dass wir 3, 4 Prozent runter sehen. Also, das ist aus meiner Sicht alles ganz normal. Bevor wir in das Video rein starten Leute, bitte vergesst nicht diesen Kanal zu abonnieren und dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Für euch eine Sekunde Aufwand, aber ihr helft mir insgesamt sehr hier zu wachsen auf YouTube und dafür bin ich euch sehr sehr dankbar. Dafür schauen wir auch einmal direkt rein. Der erste Tweet für heute von DJ Peter Vess. Ripple shiftet 33,8 Millionen zu Huobi. Huobi ist ein Exchange in den letzten zwei Wochen, nachdem 100 Millionen XRP dafür allocated worden oder allocated worden. Da haben wir einmal diesen Artikel hier, natürlich auf Deutsch das Ganze. Also, 100 Millionen XRP wurden dafür bereitgestellt. Warum will Huobi das? Gute Frage, gute Frage. Die wollen bestimmt einfach so 100 Millionen XRP haben, weil die darauf Bock haben. Und weil das so eine kleine Summe für die ist, weil das nichts für die ist. Nein, Spaß beiseite natürlich. Steckt da auf jeden Fall ein bisschen mehr hinter. Und ich bin mal gespannt, wann wir da vielleicht größere News sehen werden, jetzt in Bezug auf Huobi. Aber schon mal, dass man es vorher gehört hat. Es wurden 100 Millionen XRP dafür prädestiniert, da hingeschickt zu werden. Und entsprechend 33,8 Millionen wurden da schon geschickt. Dann geht es weiter von Han Solo. Also nicht dem echten, aber einer, der sich auf Twitter so nennt. Er schreibt hier, Ripple partnert mit der Firma Vaya aus Ghana, um Instant Payments in Afrika zu realisieren. Ebenfalls ein Artikel, den wir hier einmal haben. Also wir sehen mittlerweile, es kommen immer, immer, immer mehr News. Ich bin ehrlich gesagt selbst jeden Tag wieder geflasht davon, was wir da wieder sehen. Also, erinnert euch zurück. Wir hatten auch dann, was hatten wir letztens noch für Länder? Ich weiß es gar nicht mehr alles, ehrlich gesagt. Aber jetzt haben wir hier eine weitere Fintech-Firma. Also Ripple ist so gut und so stark vernetzt. Ich finde das unfassbar. So, und die Leute sehen es nicht. Und der Preis spiegelt das, wenn ihr hier seht, in keiner Form wieder. Also welcher Coin macht denn bitte so viele Partnerschaften in so kurzer Zeit? Hat eine Klage nebenbei noch am Laufen, die die offiziell runterziehen oder so als Klotz am Bein haben? Und trotzdem werden noch so, so viele Partnerschaften, neue News und so weiter kommen raus. Partnerschaften werden geschlossen. Es ist unfassbar, meiner Meinung nach. Und ja, das gleiche jetzt hier mit dem ganzen Kontinent, sage ich mal. Also, natürlich nicht als gesamtheitiges gesehen, aber zumindest haben sie hier dann Vaya oder sind jetzt bei Vaya mit an Bord. Ich meine, ich kenne die Firma nicht, aber trotzdem arbeiten die jetzt mit denen zusammen und machen da jetzt weitere Aktionen in Afrika. Also, das finde ich unglaublich. Und in Bezug auf dieses ganze Ausrollen von Kryptos und so weiter, haben wir hier nochmal einen Tweet von Chip. Er hat nämlich hier eine Grafik ge-retweetet oder beantwortet von CryptoStar. Und er hat hier einmal eine Aufschlüsselung nach Ländern und Kontinenten, sage ich mal, wo entsprechend die Anzahl der Krypto-Besitzer angezeigt wird. Also, wie viele Leute da Krypto besitzen. Und ihr müsst natürlich auch bedenken, dass da auch Leute mit reinzählen, die beispielsweise mal online was gekauft haben mit Bitcoin und dann jetzt noch auf irgendeiner Wallet 0,0000001 Bitcoin irgendwie liegen haben. Und da wahrscheinlich nie wieder was zu tun haben werden mit Krypto, vorerst. Aber zumindest haben wir dann hier die Anzahl der Leute, die Krypto besitzen in den verschiedenen Ländern und Staaten oder Kontinenten. Und dann schreibt der KryptoStar dazu, sogar wenn diese Zahlen sich verdoppeln würden, was wäre dann mit dem ganzen Krypto-Space. Und Chip schreibt dann dazu, wir sind so early, also wir sind so früh, es ist unfassbar. Dann geht es weiter von James Rule XRP. Er hat hier einmal, es ist offiziell, der Nasdaq Bitcoin ETF wurde approved von der SEC. Denn wir sehen auch in Sachen Bitcoin-Adaption weitere Fortschritte. Die SEC hat nämlich dem Bitcoin ETF zugestimmt. Mich würde auf jeden Fall mal interessieren, was da für andere Werte noch drin sind. Also ETFs sind ja immer so zusammengestellte Sparpläne, wenn man das so will, dass man im Endeffekt in einen großen Topf Geld im Endeffekt investiert. Und in diesem Topf, ich kenne das zumindest von Aktien so, liegen dann halt gewisse Aktien, die dann immer einen Bereich abdecken oder abbilden sollen. Kann man dann in verschiedensten Bereichen sehen. Also Leute, die dann zum Beispiel eher so die Schwellenländer abbilden wollen, wirtschaftlich gesehen oder die Welt oder was auch immer man da präferiert. Aber zumindest haben wir jetzt auch einen Bitcoin ETF. Ich finde an sich die Idee natürlich interessant, aber muss natürlich sagen, dass wenn ich in Bitcoin investieren wollen würde, jetzt ich als einzelne Person sage ich mal, dann würde ich halt einfach Bitcoin kaufen. Und das halt irgendwo lagern. Ich finde diesen ganzen Gedanken, das als ETF so ein bisschen zu handhaben, ein bisschen nicht zielführend ehrlich gesagt. Und wenn ich jetzt eine Art Crypto ETF haben und machen wollen würde, dann würde ich einfach in die Top 30 gehen und einmal einen Abend oder einen Nachmittag lang Recherche betreiben, welche Coins davon gut sind, welche nicht gut sind. Shiba Inu. Und dann könnte man da zumindest aussieben und sich dann die Top 20 Coins kaufen, die man halt haben möchte. Und dann teilt man die halt, weiß ich nicht, sein Geld durch 20 so, kauft sich immer diese Coins und dann profitiert man vom generellen Marktanstieg. So würde ich das sehen. Aber naja, zumindest wenn es Leute gibt, die auf gewissen Börsen irgendwo in Bitcoin ETF jetzt handeln wollen, wird das bestimmt in Zukunft kommen. Denn die SEC hat das Ganze approved. Und als wäre das Ganze bei den ersten News noch nicht genug gewesen, haben wir hier noch einmal Brasilien, auch in Bezug auf Ripple. Hier gibt es nämlich ein Interview mit dem Ripple-User BexBanko über das brasilianische Zahlungssystem. Da schauen wir natürlich auch einmal rein hier, den ganzen Artikel auf Deutsch, die Zahlungslandschaft. Ein exklusives Interview mit BexBanko. Habe ich jetzt vorher ehrlich gesagt noch nie gehört. Natürlich sehr, sehr viele Namen in diesem Space. Aber die kann man sich auf jeden Fall mal durchlesen. Ich sehe gerade leider sind die Fragen hier nicht übersetzt. Die könnte man dann vielleicht nochmal in Google Übersetzer eintragen, wenn man da Interesse hat. Dann geht es weiter mit David Schwartz, der Gott himself. Er hat hier ein Bild gepostet und schreibt dazu Selfie, denn er hat diesen Marshmallow-Kopf an. David Schwartz hat ebenfalls so eine Maske. Und ich sage mal, er ist natürlich sehr, sehr verdächtig, dass er hier diesen Smiley mit dem X postet. Also mit den beiden X-Augen und dem Smiley, was Mr. Poole ja auch ständig macht. Dazu gibt es dann hier mehrere Interpretationen. Einmal I Can Fly ist ein Song. Und dann haben wir noch T-Hole Baddicked XRP. Er schreibt hier, SABB hat einen internationalen Transfer-Service entwickelt in Zusammenarbeit mit Mastercard, Send und Ripple. Da haben wir hier einen Artikel, den gibt es auch nochmal in groß hier und auch auf Deutsch von saudigazette.com. Da haben wir hier internationale Überweisungen von SABB wachsen um über 50%. Er sieht schon aus wie ein Mann, der weiß, was gut ist. Dann haben wir noch einen Post von Cryptomaniac101. Er hat hier einmal, du siehst das hier, was tust du? Das zuspitzende Dreieck. Wir kommen immer näher hier. Und der letzte Tweet für heute kommt von Crypto Freedom. Und er schreibt hier, ich im Jahre 2121, wenn XRP endlich mal ein neues Alltime High erreicht, hier wie ich feiere. Und dann... Ziemlich cool, gibt auf jeden Fall ein Like und ja, natürlich ein kleiner Spaß. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr heute mit dabei wart. Und ich hoffe mal, wir sehen uns auch morgen um 18 Uhr wieder bei frischen neuen XRP News. Bis dahin, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so denkt zu den ganzen Themen. Haut rein, Leute. Ciao. Ciao.